hausgerutscht ne ja du kannst mir nichts vereinlichen habe ich aussehen kleines bäuerchen gemacht volle bude reingebrettet ja aber nicht so wie du bei mir kam es ja doch aus dem mund das thema lassen bei dir kam es andersrum weiß nicht wovon du redest wir nehmen jetzt dieses thema und lassen ist gut dann weiß ich nicht wann nächster schrieb 20 uhr ja so war überhaupt was ganz gut gut roundabout 20 uhr roundabout heißt rund rundherum und rundherum ist ein ball ist rundherum wenn du rundherum gehst okay hau da rein vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuschauen sein ein globus ist auch rundherum und das davon leitet sich das wort rundherum ab roundabout auf englisch und da und da und da